Wie verlässlich wäre es, wenn Pippa, die Schwester von Kate Middleton, die Wahrheit über die Beziehung der Schwestern enthüllen würde. Mitten im Kampf ihrer Schwester gegen eine schwere Krankheit hat Pippa, die für ihre Zurückgezogenheit und ihre seltenen öffentlichen Auftritte berüchtigt ist, beschlossen, sich mit den Behauptungen über den Streit zwischen den beiden in dieser beispiellos schweren Zeit auseinanderzusetzen. Unter den schockierenden Ereignissen in ihrer gemeinsamen Vergangenheit sticht diese unerwartete Aktion hervor. Die Schwester von Kate Middleton hat alles ausgeplaudert. Unter den vielen Spekulationen über die Beziehung von Catherine und Pippa in den letzten Jahren hat diese Spekulation die meiste Aufregung verursacht. Die Beziehung der Middleton-Schwestern ist nicht immun gegen das allzu häufige Phänomen der Geschwisterrivalität, das selbst unter den Royals bekannt ist. Doch ihre Geschichte ist, vor allem in den ersten Jahren, von einer besonderen Kombination aus Rivalität und Zusammenarbeit geprägt. Catherine und Pippa wuchsen in einer engen Freundschaft auf, die eher durch sich ergänzende Interessen und Ermutigung als durch irgendeine Art von gesunder Rivalität geprägt war. In ihren sportlichen Bemühungen kam diese Dynamik zum Ausdruck. Denise Alford, die Highschool-Trainerin der Schwestern, sagte, dass die beiden beim Sport unzertrennlich waren. Laut Alford, die in Katie Nichols Biografie über die Königin »Kate, the Future Queen« 2013 nachzulesen ist, richtete sich der Wettbewerbsgeist von Pippa und Catherine nicht gegeneinander, sondern gemeinsam gegen ihre Konkurrentinnen. Vor allem Pippa hatte einen enormen Ehrgeiz und einen starken Konkurrenzkampf, doch sie konkurrierten nie miteinander. Laut Alford arbeiteten sie sehr gut zusammen. Auch außerhalb der Leichtathletik gab es eine Zusammenarbeit. Pippa und Catherine stammten aus eng verbundenen Familien, die Teamarbeit schätzten und sich gegenseitig aushalfen. Die mittelten Mädchen lernten die Bedeutung des familiären Zusammenhalts von ihren Eltern, Carol und Michael, die ihnen auch den Wert von Teamarbeit vermittelten. Die enge Verbundenheit der Schwestern, die ihr ganzes Leben lang ihre Beziehung prägt, ist wahrscheinlich durch ihre Kindheit geprägt. Ihre Verbindung veränderte sich im Laufe der Zeit, als sie älter wurden und sich ihre Lebenswege voneinander entfernten. Sie standen sich immer noch sehr nahe, aber mit Catherines Eintritt ins Rampenlicht durch ihre Beziehung zu Prinz William und ihrem darauf folgenden Titel als Herzogin von Cambridge entstand eine neue Dynamik. Keine der beiden Schwestern stand je so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit wie Catherine in ihrer neuen Position. Plötzlich interessierten sich die Medien für ihre Beziehung und alles andere, was sie betraf. Auf der ständigen Suche nach einer fesselnden Story begannen die Medien, die Beziehung der Schwestern als Konkurrenzkampf darzustellen. Als Pippa 2011 bei der Hochzeit von Catherine und Prinz William in einem figurbetonten weißen Kleid erschien, gab es einen Medienrummel. Die Öffentlichkeit nannte Pippa Royal Hotness, weil sie von ihrer Schönheit und ihrem Charisma so angetan war. Eine Zeit lang stellte sie sogar den Ruhm ihrer Schwester in den Schatten. Aufgrund des unerwarteten Medieninteresses wurden die beiden Schwestern schnell miteinander verglichen und einige Boulevardzeitungen spekulierten sogar über eine mögliche Feindseligkeit zwischen ihnen. Trotz all dieser Gerüchte haben Freunde und Familie der Schwestern den Gedanken an eine echte Rivalität stets heruntergespielt. Berichten zufolge war Pippa anfangs überrascht von der Menge an Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wurde, doch später unterstützte sie ihre Schwester. Pippa war für Catherine da, als sie sich den Schwierigkeiten des Prinzessinnen-Daseins stellte und die Schwestern standen sich immer sehr nahe. Trotz ihrer zahlreichen Differenzen waren die Schwestern immer füreinander da, vertraute und treue Unterstützerinnen, wie Freunde der Familie berichten. Viele Menschen sahen Pippas spätere Ausflüge in die Öffentlichkeit, ihre Arbeit als Schriftstellerin und Kolumnistin zum Beispiel, durch das Prisma ihrer Romanze mit Catherine. Doch anstatt zu versuchen, ihre Schwester zu übertrumpfen, baute sich Pippa eine eigene Karriere auf, die ihren Interessen und ihrem Charakter entsprach. Anstatt zu versuchen, ihre Schwester in den königlichen Pflichten zu übertrumpfen, verfolgte sie ihre eigenen Interessen mit ihrem Partyplanungsbuch, wohltätigen Aktivitäten und Lifestyle-Blogs. Pippa hat sich in Interviews sehr lobend über ihre Schwester geäußert und die Tatsache, dass sie bei Familienfesten oft gemeinsam auftreten, lässt vermuten, dass sie sich sehr nahe stehen. Ihre Beziehung scheint sehr viel komplexer zu sein, als die Medien es darstellen. Es scheint, als hätten sie den Sturm der Berühmtheit und des öffentlichen Interesses überstanden, ohne dass die Beziehung, die sie als Kinder geknüpft haben und die durch die besonderen Prüfungen, denen sie ausgesetzt waren, gestärkt wurde, einen Bruch erlitten hätte. Auch heute noch ist die Beziehung von Catherine und Pippa von gegenseitiger Ermutigung geprägt. Beide sind in ihren jeweiligen Bereichen zu prominenten Persönlichkeiten geworden. Catherine wird eines Tages Königin sein und Pippa hat es bereits zu einigem Ruhm gebracht. Ihre komplizierte Verbindung spiegelt ihre familiäre Nähe und die Grundsätze wider, die ihnen von klein auf vermittelt wurden. Darüber hinaus hat Pippas Anwesenheit bei Catherines Jahrhunderthochzeit auch erhebliche Kritik ausgelöst. Am 29. April 2011 sah die Welt zu, wie William und Catherine den Bund der Ehe schlossen. Es war mehr als nur eine Hochzeit. Rund um den Globus waren Millionen von Menschen von diesem Anblick fasziniert. Mehr als 24 Millionen Briten verfolgten das Ereignis online. Jemand, dessen Popularität das allgemeine Interesse an der britischen Königsfamilie widerspiegelt. Doch im Verlauf des Gottesdienstes in der prächtigen Westminster Abbey trat ein überraschendes Ereignis in den Vordergrund. Nicht einmal das glückliche Paar hätte es senden können. Pippa Middleton, Catherines Schwester, war diejenige, deren Ankunft die Show stahl und für endloses Aufsehen sorgte. Das Tragen von Catherines Schleppe war eine sehr wichtige und traditionelle Aufgabe und die bescheidene Brautjungfer Pippa Middleton wurde dazu auserkoren, diese Aufgabe zu übernehmen. Der renommierte Modedesigner Alexander McQueen entwarf ihr figurbetontes weißes Kleid. Sarah Burton, die Kreativdirektorin von Alexander McQueen, entwarf auch Catherines atemberaubendes Hochzeitskleid. Und das Ziel des Kleides war es, mit diesem zu harmonieren und sich gleichzeitig in das Ambiente des Tages einzufügen. Das Teil, das eigentlich nur dezent und unterstützend wirken sollte, wurde mit einem Mal zur Mediensensation. Millionen von Schaulustigen und Fotografen waren fasziniert von Pippas figurbetontem Kleid, als sie den Gang entlang schlenderte und die Spitzenschleppe des Kleides ihrer Schwester zärtlich umarmte. Das Echo war schnell und stark. Die Aufmerksamkeit der Medien begann sich zu verändern, als Pippas Hinterteil innerhalb weniger Minuten zum viralen Thema wurde. Die junge Frau, die gerade erst ins Rampenlicht getreten war, um sich hinter ihre Schwester zu stellen, fand sich unverhofft im Zentrum einer weltweiten Debatte wieder. In der Folge erschienen in Zeitungen auf der ganzen Welt zahlreiche Artikel und Fotos, auf denen Pippa zu sehen war, manchmal mit wortreichen Titeln, die das Beste aus der Situation machten. Heute wirft das unerwartete Rampenlicht auf Catherines Schwester einen Schatten auf den Tag, der eigentlich ein Gedenktag für ihre Krönung sein sollte. Pippa kommentierte den Vorfall 2014 in einem Interview mit Toaday, als sie sagte, dass die Aufmerksamkeit, die ihr Outfit erregte, völlig unerwartet kam. Ihr zufolge sollte das Kleid ursprünglich eher dezent sein und Kates Schleppe ergänzen, als dass es die Blicke auf sich ziehen würde. Entgegen den Erwartungen sei das Outfit auffällig gewesen. Im Gegenteil, es katapultierte Pippa zu einem Grad an Berühmtheit, den sie sich nie erträumt oder erwartet hatte. In der königlichen Familie soll es aufgrund von Pippas unerwartetem Ruhm zu erheblichen Spannungen gekommen sein. Die Ankunft von Catherines Schwester stand während der gesamten Hochzeit im Mittelpunkt, was Catherine laut Quellen verärgerte. Einem Insider zufolge wurde der Fokus auf Pippa als übertriebenes Verhalten empfunden, was die königliche Familie oft zu vermeiden versucht. Ich kann verstehen, warum die Leute so reagieren. Jeder Versuch, den seit langem bestehenden Ruf der königlichen Familie für Respekt und Anstand zu untergraben, stößt in der Regel auf Ablehnung. Die ständige Aufmerksamkeit der Medien für Pippas aussehen, könnte ein Grund für die Reibereien gewesen sein, auch wenn Catherine selbst das Thema nie öffentlich angesprochen hat. Der Zweck der königlichen Hochzeit war es, die Hochzeit von Catherine und William zu feiern. Dennoch richtete sich die meiste Aufmerksamkeit der Medien auf Pippa, was für die Braut unangenehm gewesen sein könnte. Nach der Hochzeit begann Pippas Stern schnell zu steigen. Von einer völlig unbekannten Person wurde sie im Handumdrehen zum Medienliebling. Sie stand nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, was zu Interviews, Buchverträgen und einer unerbittlichen Berichterstattung in der Boulevardpresse führte. Dieser unerwartete Zustrom von Aufmerksamkeit brachte jedoch auch Schwierigkeiten mit sich. Pippa, die eine starke Bindung zu ihrer Schwester Catherine hatte, sah sich nun mit den Herausforderungen der Berühmtheit konfrontiert, die noch dadurch verschärft wurden, dass ein erheblicher Teil ihrer Berühmtheit mit einem Ereignis verbunden war, das eigentlich Catherines besonderer Tag sein sollte. Pippa verbrachte die folgenden Jahre mit dem Versuch, sich von der königlichen Stellung ihrer Schwester unabhängig zu machen. Auch wenn sie später für ihre Wohltätigkeitsarbeit und die Organisation von Veranstaltungen berühmt wurde, blieb sie wegen ihrer Anwesenheit bei der königlichen Hochzeit in Erinnerung. Auch wenn Pippa versucht hat, das Thema zu verdrängen, sprechen die Leute immer noch über ihr Outfit, was zeigt, wie schnell sich die öffentliche Meinung ändern kann. Trotz ihres neu gewonnenen Status als Prinzessin soll Catherine insgeheim eifersüchtig auf den sorglosen Lebensstil ihrer Schwester gewesen sein. Ergibt das einen Sinn? Normalerweise stellen sich die Menschen ein Leben in grenzenlosem Wohlstand und Luxus für die Mitglieder des britischen Königshauses vor. Aber in Wirklichkeit ist es viel komplizierter. Strenge Vorschriften und eine verwirrende Anzahl von Gesetzen regeln fast jeden Aspekt des Lebens hinter den prächtigen Toren und der öffentlichen Bewunderung. Diese Regeln sind mehr als nur Empfehlungen. Sie sind grundlegend für Catherines Position als zukünftige Königin von England. Catherine lebt in einer Welt, in der sie ständig überwacht wird, von einer Kleiderordnung, die jederzeit Bescheidenheit und Eleganz verlangt, bis hin zu der eher merkwürdigen Einschränkung, dass sie keine Unterschriften in der Öffentlichkeit leisten darf, eine Schutzmaßnahme, die zur Vermeidung von Fälschungen eingeführt wurde. Um Prinz William zu heiraten, musste Catherine die Zustimmung der Königin einholen, was eine der wichtigsten Vorschriften war, die sie zu befolgen hatte. Diese Vorschrift ist ein Überbleibsel des Royal Marriages Act von 1772 und besagt, dass jeder Nachkomme von König Georg Zetten den König um Erlaubnis bitten muss, bevor er den Bund der Ehe schließt. Dieser Brauch verdeutlicht die Schwere der königlichen Verantwortung und die Annahme, dass alle individuellen Entscheidungen mit der königlichen Politik in Einklang stehen müssen. Catherines Leben ist von enormen Anforderungen geprägt, da sie sich auf dem schmalen Grat zwischen ihren öffentlichen und privaten Verpflichtungen bewegt. Aufgrund ihrer Stellung als Ehefrau des britischen Thronfolgers gehört sie zu den am meisten beobachteten Frauen der Welt. Die Medien und die Öffentlichkeit nehmen jede einzelne Kleidung, jede Geste und jedes äußere Erscheinungsbild unter die Lupe. Niemand kann die Last der Pflichten ermessen, die mit den enormen Erwartungen einhergehen, die an sie gestellt werden. Catherine führt ein Leben in Luxus und Dienstbarkeit, nimmt an offiziellen Abendessen und diplomatischen Partys teil, engagiert sich für wohltätige Zwecke und zieht ihre drei Kinder im Licht der Öffentlichkeit auf. Prinzessin Pippa Middleton, die jünger ist als Catherine, führt ein verschwenderisches Leben ohne die strengen Vorschriften, die das königliche Leben kennzeichnen. Pippa kann die Vorteile ihrer königlichen Verbindungen nutzen, ohne die gleichen Pflichten auf sich nehmen zu müssen. Ohne das ständige Bedürfnis nach königlicher Anerkennung kann sie ihr Leben so leben, wie es ihr gefällt. Es gab Gerüchte, dass die unterschiedlichen Lebensentwürfe der Schwestern zu Reibereien zwischen ihnen geführt haben. Laut einer Quelle, die Life & Style zitiert, könnte es Catherine gelegentlich schwer fallen, die Unterschiede in ihrem Lebensstil zu akzeptieren. Pippas gesellschaftliches Leben ist zwar glamourös, aber sie muss sich nicht an die gleichen strengen Regeln halten wie Catherine im Alltag. Der Quelle zufolge genießt Pippa das gehobene Leben einer Prominenten, ohne sich mit den täglichen Zwängen und Verantwortlichkeiten auseinandersetzen zu müssen, die Kate hat. Diese Äußerung bringt einen möglichen Streitpunkt zwischen den Schwestern ans Licht. Man kann durchaus neidisch oder frustriert darüber sein, dass Pippa es so gut hat, während Catherine die Pflichten ihrer Position auf die leichte Schulter nehmen muss. Die enormen Unterschiede in der finanziellen Situation der Familie verstärken das Konfliktpotenzial noch. James Matthews, Pippas Ehemann, ist ein wohlhabender Geschäftsmann, der nach Angaben von L'Officiel Baltic fast zwei Milliarden Dollar wert ist. Laut Celebrity Net Worth beläuft sich Pippas Nettovermögen auf etwa 100 Millionen Dollar, was sie in eine eigene Klasse stellt und ihr mehr Freiheit und Luxus als Prinz William ermöglicht. Die bescheidene, aber beachtliche finanzielle Situation des königlichen Paares steht in krassem Gegensatz zu dem enormen Vermögen der Familie Matthews. Die Beziehung der Schwestern könnte auch durch diese finanzielle Diskrepanz beeinflusst sein. Ein großer Teil von Catherines Vermögen stammt aus dem Herzogtum Cornwall und anderen königlichen Besitztümern, aber ihr Wohlstand ist auch eng mit ihrer Stellung innerhalb der königlichen Familie verbunden. Im Gegensatz dazu kann Pippa auf das Privatvermögen ihres Mannes zurückgreifen, was ihr die finanzielle Freiheit gibt, die Catherine fehlt. Diese Ungleichheit könnte die ohnehin schon komplizierte Dynamik zwischen den beiden Schwestern noch weiter verkomplizieren. Unabhängig von diesen Theorien ist klar, dass die Verbindung zwischen Pippa und Catherine aus ihrer gemeinsamen Geschichte und ihren familiären Bindungen resultiert. Die beiden waren von Kindesbeinen an zusammen, haben sich in ihren frühen Erwachsenenjahren gegenseitig unterstützt und sind sich während ihrer gesamten Laufbahn nahegeblieben. Trotzdem ist ihre Verbindung immer wieder Gegenstand von Spekulationen in der Öffentlichkeit und den Medien, insbesondere angesichts der offensichtlichen Gegensätze in ihrem Leben. Als Prinz Harry und Meghan Markle, Herzogin von Sussex und Cousine von Prinz Harry, im November 2017 ihre Verlobung bekannt gaben, waren die Augen der Welt auf das britische Königshaus gerichtet. Viele Menschen waren neugierig auf Markles Vergangenheit, ihre Schauspielkarriere und ihren Aufstieg in der königlichen Familie. Und so wurde die Ankündigung sowohl mit Spannung als auch mit strenger Prüfung begrüßt. Während alle über die aufkeimende Beziehung des Paares sprachen, war Pippa Middleton, die jüngere Schwester von Catherine, berichten zufolge über etwas anderes in der königlichen Familie besorgt. Angeblich war sie besorgt darüber, wie Markles Eintritt in die königliche Familie die Dynamik innerhalb der Familie verändern würde. Denn Pippa hatte schon immer eine starke Bindung zu ihrer Schwester. Die Quelle sagte gegenüber InTouch Weekly, dass Pippa besorgt sei über die möglichen Veränderungen, die Markles Anwesenheit mit sich bringen könnte, insbesondere in ihrer Beziehung zu Catherine. Die Dynamik habe sich nach der Verlobung verschoben und Pippa habe sich ausgeschlossen gefühlt. Diese Bemerkung deutete auf eine mögliche Veränderung der Familiendynamik hin. Denn Pippa ist besorgt, dass die neue Partnerschaft zwischen Catherine und Meghan ihre einst enge Beziehung zu Catherine gefährden könnte. An dieser Sorge war etwas Wahres dran. Die Aufnahme eines neuen Mitglieds in eine Familie kann zu einigen Anpassungen führen, aber im britischen Königshaus kann die intensive Medienaufmerksamkeit, die ein neues Mitglied mit sich bringt, diese Veränderungen noch viel deutlicher erscheinen lassen. Mit ihrer öffentlichkeitswirksamen Verlobung mit Prinz Harry war Markle im Begriff, ein Mitglied der königlichen Familie zu werden und eine prominente öffentliche Position einzunehmen. Angesichts dieser neuen Information fragten sich viele, wie sich die Familiendynamik verändern würde. Vor allem Pippa, die aufgrund ihrer eigenen viel beachteten Hochzeit mit James Matthews im Jahr zuvor schon immer ein gewisser Medienliebling war. Ungeachtet dieser Vorbehalte soll Catherine ihrer Schwester gesagt haben, dass sie Markle mit offenen Armen empfangen sollten. Dieselbe Quelle besagt auch, dass Catherine Pippa angewiesen hat, dafür zu sorgen, dass sich Meghan in allen Aspekten ihres Lebens und ihres Stils willkommen fühlt. Mit ihrer Rede zeigt Catherine, dass sie ihren Platz in der königlichen Familie kennt, sowohl als Schwester als auch als jemand, der eines Tages Königin sein könnte und der die Einheit der Familie und die Einbeziehung aller zu seinen obersten Prioritäten machen muss. Markles Entscheidung, nicht an Pippas Hochzeit im Mai 2017 teilzunehmen, trübte jedoch das Bild, das die Öffentlichkeit von Catherine, Pippa und ihrer Beziehung hat, weiter. Viele berühmte Persönlichkeiten, darunter Prinz Harry, nahmen an der Hochzeit teil und machten sie zu einem der meistbesprochenen gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres. Auffällig war jedoch die Abwesenheit von Markle bei der Veranstaltung. Ursprünglich war Markles Einladung zur Hochzeit nur ein Friedensangebot, wie The Telegraph berichtet. Berichten zufolge wurde diese Entscheidung getroffen, um zu verhindern, dass Markles Anwesenheit zu viel Aufmerksamkeit auf ihre und Pippas Hochzeit lenkt. Die Entscheidung, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, war für Markle wahrscheinlich eine Gratwanderung. Angesichts der überwiegenden Medienberichterstattung über Markles Romanze mit Prinz Harry war es wichtig, den Frieden innerhalb der Familie zu wahren. Pippas Wünsche mussten jedoch respektiert werden, wenn es an ihrem Hochzeitstag nur um sie und James Matthews gehen sollte. Omid Scobie und Carolyn Durant erläutern in ihrem Buch Finding Freedom, die Hintergründe für Markles Entscheidung, auf die Hochzeit zu verzichten. Es heißt, Markle habe sich gegen die Zeremonie entschieden, um dem unvermeidlichen Medienrummel zu entgehen. Pippa und James konnten ihre Zeit im Rampenlicht genießen, ohne dass die Presse sich auf ihre Anwesenheit konzentrierte, da sie sich entschied, später an der privaten Feier teilzunehmen. Die Tatsache, dass Markle die Zeremonie zugunsten des Empfangs ausgelassen hat, zeigt, wie sehr sie sich Gedanken darüber gemacht hat, wie sie die familiären Beziehungen mit den Feinheiten des öffentlichen Images in Einklang bringen kann. Es zeigt, dass Markle sich bewusst ist, wie viel Aufmerksamkeit sie von den Medien erhält und dass sie bereit ist, zur Seite zu gehen, damit Pippa an die Reihe kommen kann. Obwohl offizielle Quellen keine Turbulenzen zwischen Catherine, Pippa und Markle bestätigt haben, was darauf hindeutet, dass die Medien die Gerüchte aufgebauscht haben könnten, zeigt es doch, dass die Mitglieder der königlichen Familie mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben. Vor allem, wenn neue Mitglieder in die Gruppe aufgenommen werden, kann es zu Spannungen kommen, da man ständig bemüht ist, ein ideales Bild in der Öffentlichkeit zu wahren und gleichzeitig persönliche Beziehungen zu pflegen. Die Medien haben oft über mögliche Schwierigkeiten zwischen Catherine und ihrer jüngeren Schwester spekuliert und ihre Beziehung auf den Prüfstand gestellt. Seit 2024, als Catherine die niederschmetternde Nachricht von ihrer Krebserkrankung erhielt, hat sich diese Beobachtung noch verstärkt. Es kursieren Gerüchte, dass die Beziehung der einst engen Schwestern belastet sein könnte, da Pippa weiterhin ein öffentliches Leben führt, während Catherine sich dementsprechend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, um sich auf ihre Gesundheit und ihre Familie zu konzentrieren. Gerüchten zufolge wurden Pippa, ihr Mann und ihre drei Kinder im Februar 2024 bei einem Urlaub auf Eden Rock in St. Barts gesehen, was einer der Gründe für ihren Streit sein könnte. Viele waren von der Reise angetan, weil sie zeitnah stattfand und Pippa eine auffallend fitte und sportliche Figur hatte, auch wenn sie in einer schwierigen Phase für Catherine stattfand. Die Faszination der Medien für Pippas Gesundheit begann 2018, als sie zwölf Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes für Schlagzeilen sorgte, weil sie eine erstaunlich straffe Figur hatte. Dennoch soll ihre jüngste Trainingsroutine zu Reibereien innerhalb der königlichen Familie geführt haben, insbesondere mit Catherine. Laut einer Person, die mit Life & Style sprach, könnte Pippa Catherine irritieren, weil sie denkt, dass sie ihre Figur zur Schau stellt. Der ungenannte Insider sagte, dass es Kate ärgert, wenn Pippa ihren Körper auf diese Weise zur Schau stellt. Es wird vermutet, dass Pippas öffentliche Demonstrationen von Gesundheit und Vergnügen noch auffälliger sind im Vergleich zu Catherines persönlichen Herausforderungen, die angeblich durch die schreckliche Zeit, die sie aufgrund ihrer Krankheit durchmacht, noch verstärkt werden. Der Quelle zufolge könnte diese Fede tiefere Ursprünge haben und bis zur königlichen Hochzeit von Prinz William und Catherine im Jahr 2011 zurückreichen. Die Paparazzi tobten, als Pippa als Trauzeugin auftauchte, und alle Augen richteten sich auf ihren Körper, vor allem auf ihr figurbetontes Alexander McQueen-Kleid. Noch Jahre nach der Hochzeit verglichen die Leute Pippa und die Braut, weil Pippas Silhouette in den Nachrichten so oft gezeigt wurde. Der Quelle zufolge gehörte Catherine zu denjenigen, die immer noch daran denken, wie ihre Schwester ihr an ihrem Hochzeitstag praktisch die Show stahl. Für die Schwestern war die Hochzeit im Jahr 2011 ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie war der Beginn von Catherines Regentschaft als Prinzessin und katapultierte sie weltweit ins Rampenlicht, was ihre Karriere und ihr Privatleben prägen sollte. Im selben Moment wurde Pippa zu einer internationalen Berühmtheit und das Interesse an ihrer Geschichte war ebenso groß wie das an dem ihrer Schwester. Es wird berichtet, dass sich die Schwestern, die zuvor ein enges Verhältnis zueinander hatten, aufgrund der unerwünschten Aufmerksamkeit, die Pippa erhielt, voneinander entfernten. Die Presse hat ihr Interesse an Pippas gesundem Lebensstil und ihrer Sportroutine über die Jahre hinweg aufrechterhalten. Die Berichterstattung in der Presse und die öffentliche Anerkennung konzentrierten sich häufig auf ihre Entschlossenheit, ihre Fitnessroutine auch nach der Geburt ihres Kindes beizubehalten. Dennoch können diese öffentlichen Auftritte als unangenehme Erinnerung an die ständige Kontrolle dienen, der Catherine ausgesetzt ist, während sie die enormen Anforderungen des königlichen Lebens bewältigt. Pippa kann verschwenderische Reisen unternehmen und an ihrer Gesundheit arbeiten, wann immer sie will. Aber Catherine hat als zukünftige Königin Verpflichtungen und Einschränkungen, die Pippa nicht hat. Im Jahr 2024 würden diese Unterschiede im Leben der Schwestern noch deutlicher zutage treten, zumal Catherines gesundheitliche Probleme eine zusätzliche emotionale und mentale Belastung darstellen. Selbst wenn sie nie ein Wort miteinander reden, könnte der öffentliche Kampf von Pippa und Catherine mit ihrer Krankheit und Pippas scheinbar glückliches Leben zu Verbitterung und Unzufriedenheit führen. Die Spekulationen über Pippas Reise und ihren öffentlichen Bikini-Auftritt haben auch die seit langem bestehenden Sorgen über die Darstellung der Mitteltanzschwestern in den Medien wieder aufleben lassen. Catherine, deren jede Handlung beobachtet und bewertet wird, könnte Pippas Freiheit, ihr Leben zu leben, als ernüchternde Erinnerung an die Opfer sehen, die sie als Mitglied der königlichen Familie erbringen musste. Der Quelle zufolge geht es bei dem jüngsten Vorfall um mehr als nur um Pippas Aussehen. Es geht auch um das Gesamtbild ihres Lebens und die unterschiedlichen Wege, die sie eingeschlagen haben. Wenn man sich im Netz der Medien verfängt, wird alles, was man tut, überbewertet. Prinzessin Catherines Experimentieren mit einem viel gewagteren Kleidungsstil im Jahr 2015 ist ein solches Beispiel. Wie jeder, der die Stilvorlieben ihrer Schwester Pippa kennt, bestätigen kann, war diese Veränderung in ihrer Kleidung spürbar. Pippa ist seit langem eine feste Größe in der Modeindustrie und wird für ihre gewagten, modischen und futuristischen Ensembles gelobt. Es dauerte nicht lange, bis Schaulustige begannen, die beiden Schwestern miteinander zu vergleichen und spekulierten, dass Catherine vielleicht ihren Stil nach ihrer jüngeren Schwester modelliert hat. Das Festival of Remembrance 2015, das Catherine in der Royal Albert Hall besuchte, ist ein Paradebeispiel für diesen vermeintlichen Modeeffekt. Viele andere waren der Meinung, dass Pippas Kleiderwahl, ein schwarzes Kleid mit exquisiten Spitzenverzierungen, eher ihrem Stilempfinden entsprach als ihrem eher konservativen und raffinierten persönlichen Geschmack für diese Veranstaltung. Im Vergleich zu den konventionellen, zurückhaltenden Kleidern, die die Öffentlichkeit mit der zukünftigen Königin assoziiert hatte, stach dieses Kleid mit seinen subtilen, aber atemberaubenden Merkmalen hervor. Die scharfen Kanten und der moderne Schnitt des Kleides gaben Anlass zu Gerüchten, dass Catherine absichtlich versuchte, Pippas Stil nachzuahmen. Viele Menschen, darunter Modeexperten und königliche Beobachter, äußerten sich zu dieser Veränderung. Andere meinten, Catherine probiere nur eine neue Stilphase in ihrer Karriere aus, während wieder andere meinten, sie versuche, beliebter zu sein als ihre Schwester. Der Observer, eine bekannte britische Publikation, kommentierte das Thema mit der Bemerkung, dass Catherines Versuch, gewagtere Mode zu tragen, sich zwar von ihrem typischen Stil unterscheide, aber immer noch typisch Kate sei. In der Presse hieß es, dass Pippas modernerer und gewagterer Stil niemals mit Catherines königlichem Charisma mithalten könne, unabhängig von ihren Stilexperimenten. Bei diesem Ausflug in die Mode ging es um mehr als nur um Kleidung. Sie spiegelte die Dynamik der schwesterlichen Beziehung wider. Während von Catherine aufgrund ihrer Stellung in der königlichen Familie ein gewisses Maß an Anstand und Traditionalismus erwartet wird, ist Pippa frei, sich durch ihre Mode auszudrücken, wobei sie oft Trends und Moden aufgreift, die für eine königliche Person als zu riskant gelten würden. Die Sichtweise der beiden Schwestern auf die Mode und die Dynamik ihrer Beziehung wurde wahrscheinlich durch die Erwartungen der Öffentlichkeit und ihre eigene Lebensweise geprägt. Catherines Vorstoß in eine gewagtere Mode könnte ein Versuch gewesen sein, ihre Einzigartigkeit zu unterstreichen und gleichzeitig ein Royal zu sein, oder es könnte ein Versuch gewesen sein, sich mit Pippas Welt zu verbinden, die weniger an die königliche Tradition gebunden ist. Der Beobachter stellte jedoch fest, dass eine von Catherines Stärken darin besteht, dass sie die Anmut und Gelassenheit einer zukünftigen Königin ausstrahlt. Auch wenn Pippas Stil Catherine dazu motivieren mag, ihren eigenen modischen Weg zu gehen, scheint sie sich mit der Tatsache abgefunden zu haben, dass sie im Kern eine Prinzessin ist. Die Kleiderwahl von Catherine und Pippa stand im Mittelpunkt des Medieninteresses, was die Aufmerksamkeit auf die lange Geschichte der Geschwisterrivalität lenkt. Die Öffentlichkeit betrachtet diese Rivalität, ob real oder eingebildet, durch das Prisma der öffentlichen Meinung, die jede Handlung, Äußerung und Wahl vergleicht und kontrastiert. Dennoch haben Catherine und Pippa eine Freundschaft aufrechterhalten, die trotz all dieser äußeren Einflüsse die Unbilden des öffentlichen Lebens überstanden hat. Geschwisterbeziehungen, vor allem wenn sie im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, sind nicht immer so einfach, wie sie scheinen. Hier geht es um viel mehr als nur darum, Catherines und Pippas Stilwahl zu vergleichen. Es geht um ihre gemeinsamen Erfahrungen, ihre persönlichen Kämpfe und die verschiedenen Wege, auf denen sich ihr Leben entfaltet hat. Während die Zugehörigkeit zur königlichen Familie Catherines Leben ausfüllt, hat Pippa ihren eigenen Lebensweg gefunden, indem sie ihre gesellschaftlichen Pflichten mit ihren anderen Interessen und Ambitionen in Einklang gebracht hat. Nachdem sie sich im Sommer 2024 einer vorbeugenden Chemotherapie wegen einer Krebserkrankung unterzogen hatte, feierte Catherine ein bewegendes Comeback im Rampenlicht. Sie gab ihr lang erwartetes Comeback bei der renommierten Tennismeisterschaft in Wimbledon, wo sie von ihrer Schwester Pippa Middleton begleitet wurde. Die beiden stachen in der Öffentlichkeit durch ihre kontrastreiche Mode hervor, die ihre einzigartigen Persönlichkeiten und die Rollen, die sie spielen, unterstrich. Prinzessin Catherines Wahl eines atemberaubenden violetten Kleides von Sophia für ihre Ankunft in Wimbledon sagt viel über ihr derzeitiges Leben aus. Ein wichtiger Teil ihrer Kleidung ist Violett, eine Farbe, die sie bei der Erfüllung königlicher Aufgaben oft getragen hat. Laut der Modeexpertin Bethan Holt könnte hinter der Wahl der Farbe Lila für diesen speziellen Anlass noch mehr Bedeutung stecken. Holt erklärte gegenüber Pippa, dass sie sich bei ihrem zweiten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr für Lila entschieden habe, weil es die Bedeutung ihrer Arbeit unterstreiche. Als Symbol für Mut und Stärke ist Lila eine angemessene Wahl für Catherines ständigen Kampf und Heilung. Das Kleid mit seinem zeitgemäßen Schnitt, der den raffinierten Stil einer zukünftigen Königin beibehält, spiegelt ihre kaiserliche Anmut wieder. Das Tragen von Lila war ein kühnes Statement für ihren Mut und ihren Willen, ihre königlichen Pflichten trotz aller Widrigkeiten, die sie durchgemacht hat, wieder wahrzunehmen. Pippa Middleton hingegen trug bei der gleichen Veranstaltung ein geblümtes Kleid von Boiler London, das an die 1970er Jahre erinnerte. Dieses Kleid war eine radikale Abkehr von Catherines üblicher traditioneller Eleganz. Es hatte eine geraffte Brust und ein buntes Blumenmuster. Der Boho-Chic-Stil, den Pippa oft in der Öffentlichkeit trägt, ist hier deutlich zu sehen und spiegelt ihren Kleidungsgeschmack wider. Im Gegensatz zum eleganten und gepflegten Auftreten ihrer Schwester zeigte Pippa in dem blumigen Outfit ihre Vorliebe für Vintage- und Bohème-Inspirationen und unterstrich damit ihren ganz eigenen persönlichen Stil. Beide Schwestern zeigten mit ihren Outfits, die sie bei der Veranstaltung trugen, ihre eigene Modepersönlichkeit. Prinzessin Pippas geblümtes Kleid zeigte ihre eigene Persönlichkeit und ihre Vorliebe für einen eklektischen Stil, im Gegensatz zu Catherines violettem Kleid, das eine Kombination aus persönlicher Bedeutung und königlicher Tradition widerspiegelte. Ihre unterschiedlichen Stile zeigten, wie sie sich selbst durch ihre Kleidung repräsentierten, Catherine mit ihrer schönen und bedeutsamen Auswahl und Pippa mit ihrer freigeistigen und retro-inspirierten Kleidung. Obwohl sich die mittelten sehr nahe stehen, kam bei ihrem Auftritt in Wimbledon ihr individueller Stil zur Geltung. Sowohl ihr eigener Stil als auch die vielen Persönlichkeiten, die sie im Rampenlicht darstellten, spiegelten sich in den Kleidern wieder, die sie trugen. Im krassen Gegensatz zu Pippas unbeschwerter und stilbewusster Haltung trug Catherine einen Farbton, der Mut und ihre Hingabe an ihre königlichen Pflichten symbolisierte. Die Veranstaltung zeigte ihre einzigartigen Stile, die sich gegenseitig ergänzen, und hob die Originalität hervor, die jede Schwester zu ihrem öffentlichen Auftreten beiträgt. Die Spekulationen, dass Catherine mit ihrer Schwester zusammen ist, haben viele Fragen aufgeworfen. Was denken Sie darüber? Bitte teilen Sie uns Ihre Gedanken in dem dafür vorgesehenen Feld mit. Wir hoffen, dass dieses Video für Sie von Nutzen war. Bitte zeigen Sie Ihre Wertschätzung, indem Sie das Video abonnieren, ein Gefällt mir hinterlassen und es teilen. Ich weiß Ihre Zeit hier wirklich zu schätzen und werde Sie in den folgenden Videos wiedersehen.